Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. Mit dem heutigen Video beginne ich einen Crypto-Trading-Anfängerkurs. Also, wenn du lernen möchtest, wie man Kryptowährung profitabel tradet, solltest du diesen Kurs auf keinen Fall verpassen. In dem ersten Teil unseres Crypto-Trading-Anfängerkurses besprechen wir die Frage, was ist ein Trend? Welche Trendarten gibt es? Was haben verschiedene Zeitanhalten mit dem Trend zu tun? Grundsätzlich möchten wir zuerst einmal festhalten, dass, wenn wir uns mit der Chartanalyse beschäftigen, beschäftigen wir uns mit einem Diagramm. Das sehen wir hier. Wir haben einmal eine x-Achse hier unten und eine y-Achse hier an der Seite. Die x-Achse zeigt unsere Zeit. Die y-Achse zeigt uns den Preis. Also könnten wir die x-Achse auch als sogenannte Zeitachse bezeichnen und die y-Achse als sogenannte Preisachse. Und dieses Diagramm stellt also einen Preisverlauf dar. Also hier die einzelnen Balken stellen also den Preis im Verlaufe der Zeit dar. Wie hat sich der Preis in der vergangenen Zeit verhalten? Und in diesem Preisverlauf gibt es nun Trends. Ein Trend ist also eine bestimmte Abfolge von Bewegung und Korrektur. Dabei ist die Bewegung eine dynamische, intensive Bewegung, die von einem starken Momentum geleitet ist. Eine Korrektur dagegen ist weniger intensiv und stark. Das hört sich jetzt alles erstmal sehr theoretisch an, aber ich zeige es euch jetzt hier auf dem Chart und dann wird das auch sofort klar. Wir sehen einmal hier die grüne Bewegung. Hier und hier. Da sehen wir jetzt in diesem Fall, die bewegt sich dynamisch nach oben, wobei sich hier die rote Bewegung, was unsere Korrektur ist, nur weil sie da ganz leicht hier nach unten geht. Die hat kaum Momentum und ist sehr schwach. Und in diesem Fall sehen wir, dass die aufwärtsgerichtete Bewegung, in diesem Fall diese grüne, deutlich stärker ist als diese leichte Abwärtsbewegung. Das bedeutet also, in diesem Fall würden wir jetzt hier von einem Aufwärtstrend sprechen. Wir sprechen von einem Aufwärtstrend, da die dynamische Bewegung aufwärtsgerichtet ist und wir können erkennen, dass unsere Aufwärtsbewegung eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefes ist. Wie meine ich das? Das zeichne ich jetzt einmal hier kurz ein. Und zwar sehen wir hier, dass wir hier ein Tief haben. Wir sehen hier einen starken Anstieg. Es geht leicht nach unten und hier haben wir nun ein höheres Tief. Es geht wieder stark nach oben, leicht abwärts und hier haben wir wiederum jetzt ein höheres Tief. Es geht wiederum stark nach oben, leicht runter und wir haben wiederum ein höheres Tief. Gleichzeitig haben wir aber auch höhere Hochs gebildet. Und das sehen wir jetzt hier. In Rot, wir haben hier ein Hoch gebildet, hier haben wir ein höheres Hoch gebildet und wie damals haben wir hier ein höheres Hoch gebildet. Das bedeutet also, unser Aufwärtstrend ist eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Sieht also aus, als würde man hier Treppen nach oben steigen. Wir können also schon mal ganz allgemein festhalten, dass ein Trend eine Abfolge von Bewegung und Korrektur ist, die ein Marktverhalten bzw. ein bestimmtes Marktmuster darstellt. In diesem Fall würde unser Marktmuster also ein Aufwärtstrend darstellen. Zu dem genauen Gegenteil kommen wir, wenn wir von einem sogenannten Abwärtstrend sprechen, den wir jetzt sehen können. Bei unserem Abwärtstrend ist also die Bewegung intensiv und vom Momentum getrieben nach unten gerichtet. Und dagegen ist die Korrektur in diesem Fall nur eine schwache Bewegung nach oben, die von kaum Momentum getragen ist. Wir haben also bei einem Abwärtstrend eine Folge von tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Die werde ich jetzt nochmal einzeichnen. Wir sehen also zum Beispiel hier unser erstes Hoch, sehen hier unser tieferes Hoch, hier wiederum ein tieferes Hoch. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch tiefere Tiefs. Die zeichne ich jetzt in blau ein. Wir haben hier ein tieferes Tief, wir haben hier ein tieferes Tief und wir haben hier ein tieferes Tief. Also ist ein Abwärtstrend eine Folge von tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Neben unserem Aufwärtstrend und dem Abwärtstrend gibt es noch den sogenannten Seitwärtstrend. Bei dem Seitwärtstrend gibt es keine klare vorhandene Richtung. Die Bewegung und Korrektur sind ausgeglichen. Es gibt keine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Hier ist es eher eine stagnierende Bewegung. Es sieht aus wie beim typischen Ping-Pong-Spielen. Wir kommen hier von der unteren Linie zur oberen, wieder zur unteren, zur oberen und können keine klare Richtung erkennen. Es gibt keine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs oder umgekehrt von tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Wir können also abschließend festhalten, ein Trend ist also die Fortführung der bisherigen Abfolge von Bewegung und Korrektur. Wir unterscheiden zwischen drei Trendarten. Dem Aufwärtstrend, der geprägt ist von höheren Hochs und höheren Tiefs. Dem Abwärtstrend, welcher geprägt ist von tieferen Tiefs und tieferen Hochs. Und dem sogenannten Seitwärtstrend, wo wir keine Abfolge von höheren Hochs und tieferen Tiefs sehen können, der keine klare, ausgeprägte Richtung hat, sondern eher eine seitwärts verlaufende, stagnierende Bewegung aufweist. Nun kommen wir zu der Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den verschiedenen Trendarten? Und das hat den Grund, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend sich fortsetzt, höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend schlagartig wechselt. Und von diesem Wissen möchten wir profitieren. Das bedeutet also, wenn wir einen Aufwärtstrend analysiert haben, diesen erkannt haben, möchten wir von der zukünftigen Bewegung profitieren. Das bedeutet also, wenn wir hier sehen, oh, hier ging es stark auf, nur schwach seitwärts, dann möchten wir davon ausgehen, dass dieser Aufwärtstrend sich der Wahrscheinlichkeit nach fortsetzt. Wir würden dann zum Beispiel hier auf einen steigenden Kurs spekulieren und somit von den zukünftigen Bewegungen, von den zukünftigen Aufwärtsbewegungen profitieren. Beim Abwärtstrend wäre es genau dasselbe Prinzip, nur umgekehrt. Hier hätten wir jetzt erkannt, dass wir einen Abwärtstrend vorliegen haben und möchten hier auch von den zukünftigen Bewegungen profitieren. Das bedeutet, wir würden zum Beispiel hier auf einen fallenden Kurs setzen und darauf hoffen, dass der Trend sich fortsetzt, um dann von den zukünftigen Bewegungen ebenfalls profitieren zu können. In einer Seitwärtsphase würden wir die Range traden. Das bedeutet, wenn wir hier oben angekommen sind und wir haben erkannt, dass wir uns in einer Seitwärtsphase befinden, würden wir beispielsweise hier unten darauf setzen, dass wir wieder hier oben zu dieser begrenzenden Linie kommen. Wenn wir uns hier oben befinden, würden wir darauf spekulieren, dass wir uns wieder hier nach unten bewegen. Das bedeutet also, wir wollen also auf zukünftige Bewegungen spekulieren, um davon zu profitieren. Halten wir also fest, ein Trend ist die Fortführung der bisherigen Abfolge von Bewegung und Korrektur. Wir unterscheiden zwischen drei Trendarten. Dem Aufwärtstrend, dem Abwärtstrend und dem Seitwärtstrend. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend vorsetzt, höher ist, als dass der Trend sich schlagartig wechselt. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache beachten und das sind die verschiedenen Zeiteinheiten und sehen hier einen Aufwärtstrend. Wir haben hier in Blau die höheren Hochs und in Gelb die höheren Tiefs eingezeichnet. Und wenn wir jetzt traden würden, würden wir darauf spekulieren, dass sich dieser Trend fortsetzt, da wir ja wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend sich fortsetzt, ist höher, als dass er schlagartig wechselt. Allerdings müssen wir jetzt die verschiedenen Zeiteinheiten beachten. Denn wenn wir nun auf eine höhere Zeiteinheit, zum Beispiel den Tagesschart, wechseln, dann erkennen wir, dass unser vermeintlicher Aufwärtstrend in Wahrheit nur die Korrektur des darüber liegenden Abwärtstrendes war. Wir sehen hier, also auf dem Tagesschart, insgesamt haben wir hier ein Hoch, ein Tief, bildeten hier nur ein höheres Tief und bilden dann hier nochmal ein tieferes Tief. Das heißt also, wir haben hier unser Hoch, unser tieferes Hoch, hier haben wir ein Tief und hier unten bilden wir unser tieferes Tief. Das bedeutet also, wenn wir den darüber liegenden Trend nicht beachten, hätten wir nun auf der kleineren Zeiteinheit gegen den überliegenden Trend gehandelt. Das bedeutet also für dich, bevor du auf einer niedrigeren Zeiteinheit tradest, musst du immer erst auf der darüber liegenden Zeiteinheit, beispielsweise dem Tages- oder Wochenchart, den Trend bestimmen, um dann auch der Wahrscheinlichkeit auf dem niedrigeren Zeiteinheit folgen zu können und in Richtung des Trendes traden zu können. Das bedeutet also, ist der überliegende Trend abwärts, möchten wir auf den niedrigeren Zeiteinheiten auch nur Abwärtstrend traden, da wir sonst entgegen der Wahrscheinlichkeit handeln. Das war's mit dem heutigen Video und dem ersten Teil unseres Anfänger-Crypto-Trading-Kurses. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ein Trend ist, welche verschiedenen Trendarten es gibt und welchen Einfluss die verschiedenen Zeiteinheiten auf den Trend haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du mir jetzt gerne ein Like dalassen. Wenn du noch eine Frage hast, schreib sie gerne in die Kommentare unter das Video. Ansonsten kannst du dem Kanal noch gerne ein Abo dalassen, um keine weiteren Videos zu verpassen.